Wir sind vor der 34. Ausgabe des Frankfurter Marathons mit Lisa Hahner, die sehr gute Erinnerungen von Marathon in Frankfurt vor zwei Jahren hat. Seitdem ein bisschen Pech mit Verletzungen, aber wie steht die Form jetzt, Lisa? Ja, die Form ist sehr gut und ich bin so froh, happy hier zu sein. Das dritte Mal schon in Frankfurt, hier bin ich mein Debüt gelaufen, hier bin ich meine Bestzeit gelaufen und jetzt wieder da zu sein, das passt. Es ist eine sehr schwere Zeit gewesen, also die letzten zwei Jahre, Ermüdungsbrüche im Wadenbein, also bist du jetzt völlig fit und vielleicht in Topform oder ist das mehr eine weitere Phase in der Entwicklung? Ich glaube, jeder Marathon entwickelt mich weiter und ich bin in einer Topform. Ich habe die Vorbereitung voll durchziehen können, ich habe keinerlei körperliche Beschwerden, keine Krankheiten oder irgendwas gehabt. Von dem her, ja, ich bin bereit für Sonntag. Die deutsche Olympia-Norm ist 2 Stunden 28, 30. Ist das dein Ziel am Sonntag? Mein Ziel ist es, neue Bestzeit zu laufen und ich bin gut drauf und ich weiß, ich kann auch deutlich neue Bestzeit laufen. Die Olympia-Norm natürlich bewusst ein bisschen in den Hintergrund schieben, um mich halt nicht unter Druck setzen zu lassen und ich gebe am Sonntag mein Bestes und dann schauen wir am Ende, wie schnell das dann wird. Wir wissen alle, dass die Frankfurter Strecke sehr schnell ist, aber die Stimmung, die Atmosphäre, die Fans. Wie war das vor zwei Jahren? Ja, ich finde Frankfurt so cool, wie viele Leute in der Innenstadt sind und mir gefällt der Kontrast. Also ich mag auch die Mainzer Landstraße, Kilometer 30 bis 34, wo relativ wenig los ist und dann ist es halt so Bäm, wenn man in die Innenstadt kommt und da kann man sich die ganze Mainzer Landstraße drauf freuen. Und ja, das Publikum ist grandios und die Festhalle, das ist Gänsehaut-Feeling pur. Also das kann man gar nicht in Worte beschreiben. Ist das wirklich einmalig, in die Festhalle über die Ziellinie zu laufen, besonders wenn man Erfolg gehabt hat? Ja, über den roten Teppich, Lichter-Show, Musik, das ist ja besser kann man sich nicht meinen, glaube ich, so ein Zieleinlauf. Das war das Interview mit Lisa Hahn. Ich denke, Sonntag wird ein harter Test für Lisa sein. Sie hatte zwei Jahre Verletzungspech, aber auf der anderen Seite, Frankfurt ist der Ort, wo sie so gut gelaufen ist vor zwei Jahren. Und ich denke, nach diesem sorgfältigen Aufbau können Sie wieder Ihre Bestzeit annähern.